Ja, ein letzter Satz. Vielen Dank an Nümmes. Die Veranstaltung, die Kundgebung ist jetzt zu Ende, aber am 14 Uhr geht es am Samstag, das ist ja heute, am Neptunbrunnen gibt es eine Friedensaktion von Umbrella Peace Art. Da könnt ihr jetzt alle gerne hingehen, ist gleich hier um die Ecke. Also, Umbrella Peace Art, Frieden und Menschlichkeit, jeden Samstag in Berlin am Neptunbrunnen eine Aktion. Ansonsten wünsche ich euch allen einen guten Nachhauseweg, viel Kraft für kommende politische Demonstrationen und wir hoffen, dass wir das endlich irgendwann hinkriegen, dass Frieden herrscht auf dieser Welt. Dankeschön. Die Kundgebung ist hiermit geendet.